Hallo, heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ganz einfach einen schönen Serviettenring basteln können. Dazu brauchen Sie einfach eine leere Rolle Klopapier, Alufolie und eine Schere. Dann markieren Sie auf der leeren Klopapierrolle einfach die Größe Ihres Serviettenrings. Kann natürlich ein ganz kleiner sein oder auch ein ganz großer. Ich habe es jetzt in Abständen von 1,5 cm gemacht. Diese schneiden Sie nun an Ihren Markierungen entlang. Dann sollten Sie schon so einen Ring haben. Danach nehmen Sie ein kleines Stück Alufolie. Und machen Sie sich kleine Bögen. Diese kleinen Bögen wickeln Sie dann einfach zum Ring umher. Einmal durchziehen. Dann rum. So oft bis nichts mehr da ist, einfach rum. Und so machen Sie das jetzt mit allen Schichten. Einfach mal durch. Immer wieder schön glatt drücken. Immer wichtig, schön glatt drücken, dass nichts absteht. So, nun müsste Ihr Ring so aussehen. Das ist nun der fertige Serviettenring. Können Sie einfach eine Serviette rollen. Reinstecken. Und schon haben Sie einen schönen Serviettenring. Viel Spaß damit. Das ist nun der fertige Servietten.